So, ja die klitze, 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 kleine Pause ist nun vorbei. Wir machen weiter. So, wo ist er? Wo ist die Kanalratte? Warum bin ich hier denn? Ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot? Die Merlot-Sache hast du als Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgestiegen, du hättest zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du's nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist... Ich dich nicht. Aber jetzt ne Gabel. Das ist ne Spur. Danke für den Tipp. Tja. Du hast nur dein Bein verloren. Ja, aber mehr. Es ist traurig. Wie weit er gekommen ist. Er hat mir aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihm. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Mello passiert ist. Danke für den Tipp. Akt 1. Somit ist die Mission beendet. Oh nein. Können wir nicht irgendwie nach Hause gehen? Irgendwie nicht. Ja, okay. Dann haben wir schon mal das erledigt. Und ein Verbrechen. Gleich hier in der Nähe. Ja, darum kümmern wir uns, Marc. Hoppa. So, dann wollen wir mal. Der Typ muss in der Nähe sein. Na, komm. Äh. So, Verbrechen neutralisiert. Lucky Quinn. Schon wieder. Ich lasse nicht zu, dass Lucky Quinn hier irgendwas macht. Oh, dieser Rächerfuzzi. Erstmal Bankkonto. Ein bisschen albern. Wir könnten weiter... So. Ach, nur das. Scheiße. 700 Tacken. Nicht genug. Ja, das scheint so. Okay, ähm... Ich muss mich daran gewöhnen. Oh, schick. Auto, Auto, Auto. Wir haben einen Punkt. Fixer-Aufträge sind 10 da. Auto aufbewahren. Was haben wir da? Was haben wir da? Leo. Naja. Haben wir nicht irgendwo Motorrad? Oh ja. Motorrad. Kuda... Wie? Kudashi? Kaufen wir. Kaufen wir. Kaufen wir. Und hier? Kommen wir noch nicht mal. Nein. Hm. Bekauft. Ein Sportwagen. Uh. Leute, diesen Wagen will ich gerne haben. Aber habe ich noch nicht. Ein Truck. Fahrzeug, ähm, Lieferung, ähm, ja, erfolgreich. Erreichen Sie die Markierung, um Ihr Fahrzeug zu erhalten. Danke. Hm. Einsteigen. Schönes Teil. Kann doch nicht wahr sein. Ich will damit fahren. Ach, da läuft's besser. Ach ja. Schöne Zeiten, ne? Okay, können wir mal gucken, wo müssen wir hin? Was müssen wir tun? Ach, komm. Ruf verbessern ist immer schön. Oh, schicker Sportwagen. Aber gleich so ein schickes Auto. Ehrlich? Muss das sein? Wofür habe ich das verdient? Warum? Weil ich so gutherzig bin. Komm, fahr zu. Also mit so einem Wagen... Hm. Mit so einem Wagen könnte ich ganz leicht... Ja. Wie soll ich sagen? Könnte ich ganz leicht den Cops entkommen? Oder sie einfach nur genüsslich rammen? Oh, Entschuldigung. Ich kann mit so einem grossen Biest noch nicht fahren. Eine Schwachzene Stelle entdeckt. Jetzt kannst du weiterfahren. Im Moment war ich sehr vorsichtig. Ich glaube, ich sollte das mal richtig parken. Hm, ja. Gleich hier. Oh! Äh. Ja. Äh. Äh. Ich parke in der Nähe eines Hydranten. Hm. Hm, Handtaschen. Ich glaube... Ich glaube... Hm. Ich bin gut, Kumpel. Äh. Hm. 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 So, wo ist der? Hm? Bankkonto. Ach, da ist ja. 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 Ach, scheiße. Ich muss immer aufpassen. Das ist eine Schlapsmühle. Bleib genau da. Ich hab etwas für dich. Danke. So. Verbrechen neutralisiert. Puh, okay. Eigentlich wollte ich noch mal was anderes haben. Fahrzeuge, Fahrzeuge, ja. Letzte Lieferung in Reichweite. Was haben wir hier? Digitale Trips. Mal gucken. Ganz ehrlich, ich will mal wieder... Ich will mal wieder einen digitalen Trip machen. Machen wir das mal. Ich muss nach Hause! Hey! Okay. Alles wird gut. So. Musste ich irgendwas machen? Wisst ihr nicht was? Ich wollte eigentlich einen digitalen Trip haben. Gut, holen wir uns... Entschuldigung! Dann... Langsam mit den jungen Pferden. Ab in die Apotheke mit uns! Wir von der Bloom Technologies Group investieren in Ideen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet hart an neuen Ideen, der Leben leichter, gesünder und glücklicher machen. Wir glauben, dass Innovations- und Entwicklungsabteilung ist. Wir wachsen und wollen, dass wir da haben. Gemeinschaft machen sich selbst eine Gemeinschaft. Oh yeah! Gemeinschaft! Yay! Okay, versuchen wir es hier mal. Ich weiß nicht, wo wir landen werden. Hier ist es wahrscheinlich irgendwo im Arsch der Welt. Keine Ahnung. Oder... Oh! Nicht Sprengeln! Nein! Nicht Sprengeln! Hm. Ja, für einen digitalen Trip haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Also... Cash Run. Dann versuchen wir das hier. Spielen wir das mal. Kommt mir ein bisschen vor wie, ähm, Prototype. So wie er da ist. Was zur Hölle?! Okay. Was ist das? Hahaha! Ich kann nicht mehr! Hahaha! Wuuuuiiii! Wuuuuiiii! Das war zu weit, das war zu... Scheiiiiii! Hahaha! 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 Wuuuuiii... O una la Myra... Dust du Oh, fuck, 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 fuck! Perfekt! Super! Nein, nein! Okay, okay, mir reicht's noch nicht Hui! Na, oh, fuck! Können wir irgendwie aufhören? Das war zu... Oh, ich kann nicht mehr... Nein, 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 nein! Okay. Ich glaube, das lassen wir erstmal bleiben. Aufwachen. Oh, Mann! Das war... Wow! Wo sind wir hier gelandet? Okay. Versuchen wir mal den anderen digitalen Trip. Ach, nö. Später vielleicht, aber das war geil! Okay. Okay.